Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, mein Name ist Aline Kieresitz und ich gehe in die 4C-Klasse. Ich stelle Ihnen die Bewerbungsmappe vor und ich erzähle auch etwas über meine berufspraktischen Tage. Die Bewerbungsmappe haben wir fächerübergreifend mit Deutsch und Berufsorientierung erarbeitet. In dieser Mappe sind zwei Lebensläufe, ein Bewerbungsschreiben, ein Motivationsschreiben und ein Deckbord enthalten. Diese Unterlagen sind sehr wichtig für ein Vorstellungsgespräch. Nun kommen wir zu meinen berufspraktischen Tagen. Die berufspraktischen Tage gingen drei Tage lang. Zwei von ihnen war ich in Schnaz im Kindergarten und habe dort mithelfen dürfen. Am dritten Tag war ich in Wörterberg in der Volksschule und habe dort den Vormittag verbringen dürfen. Am besten hat mir die Arbeit mit den Kindern gefallen. Ich habe aber auch viele Eindrücke im Alltag einer Lehrerin sammeln können. Ich persönlich finde es sehr gut und auch sehr wichtig, dass unsere Schule uns die Chance gibt, in das Berufsleben einzutauchen. Mir haben die berufspraktischen Tage sehr geholfen bei meinem Berufswunsch. Ich hoffe, Ihnen haben die Informationen gefallen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Danke. Danke. ... ...